Einer von den aufgehängten Verbrechern lästerte ihn und sagte, Wenn du zum König gesalbt bist, rette dich und uns. Der andere antwortete, schimpfte ihn und sagte, Und du fürchtest Gott nicht, wo du in demselben Gericht bist, und wir aber empfangen zu Recht, was unsere Taten wert sind, aber der hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus, Denke an mich, Herr, wenn du in dein Königreich kommen wirst. Und Jesus sagte zu ihm, So soll es sein, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. So soll es sein, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein.